Ich will dich haben, aber ich warne dich, ich spiele nicht William. Das kannst du doch mit ihr nicht machen, sie steigen doch deine Chancen bei ihr. Ach du bist ein Schwein. Auch dann. Haben Sie Spaß an schmutziger Wäsche, Herr Böhler? Ganz im Gegenteil, Doktor, ich bin für weißer geht's nicht. Die Dame, dem König. Sie spielen Schach. Bis zum Matt. Die Haustür ist verschlossen. Wenn alle Türen verschlossen sind, verstehen Sie, dann war es einer von uns. Wöhler war gleich tot. Der Doktor hält es deshalb für möglich, dass der Täter medizinische Kenntnisse hatte. Muss aber nicht sein, sagt er. Das Einzige, was er mit Sicherheit sagen kann, Exitus erst nach zwölf. Der gute Doktor, zuverlässig wie ein Strafalter. Jeder von uns verschweigt etwas. Ja. Wir wissen alle, dass jeder eine Möglichkeit hatte und mancher ein Motiv. Mancher? Wer eigentlich nicht? Bis zu dem Sessel, da waren Sie doch. Das können Sie mir nicht beweisen, ich habe mich nicht so eingefasst. Sie wissen, wer es war? Wir haben alle das Zuhören verlernt. Wer? Wir machen ihn recht stark, nicht wahr? Wer? Um Himmels Willen. Es ist doch schon ein Mordgeschehen. Ich wette, das wird ein kolossaler Abend. Ich witte, das ist doch noch ein Mordgeschehen. Ich wette, das ist doch alles an siehe. Ich bin 두 villig. Ich wette, das ist doch ein Mordgeschehen. Aber da ist doch ein Mordgeschehen. Und wenn Sie es so ein Mordgeschehen gibt, ist, das ist doch ein Mordgeschehen. Und wenn Sie auf Ahmet, durchgezogen haben. Ich witte, das ist doch ein Mordgeschehen. Vielen Dank.